Wollte ich erweitern? Ich frage mich gerade, in welche Richtung ich erweitern wollte. Ich habe die ganzen Sachen wieder eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dem Level vom Ozean, vom Wasser gemacht habe. Die Modliste ist aktualisiert, okay 44, scheinbar ist es mit M-Check jetzt wieder konstant. Das hätte ich gar nicht sicher nochmal aufmachen müssen. Modliste ist in der Beschreibung. Ich hoffe, ich denke auch daran, die später Meine Güte, ich gucke jetzt nochmal nach, ob man das irgendwie den ganzen Mist ausstellen kann. Gameplay, Bildrand scrollen aktiviert. Ich mache das mal einfach aus. Mal gucken, was passiert. Automatisch speichern, alle 10 Minuten. Das muss ich wahrscheinlich auch machen. Äh, machen wir einfach auf hier. Weidenpferde benachrichtigen, Sößenbude verbergen. Das klingt auch sinnvoll. Hinweis, Popups. Oh Gott, was man das sagt. So, dann sollten wir das eigentlich im Grunde genommen haben. Die Frage ist, erweitern wir. Wie sieht das eigentlich aus? Wir können prinzipiell, okay das ist ausgestattet, das ist sehr schön. Wir können prinzipiell hier weiter erweitern. Ähm, ich würde fast sagen, so bis ungefähr zu diesem Rahmen können wir das hier erweitern, das Gebiet noch. Ähm, ich würde sagen, dann machen wir das auch. Erweitern wir auch hier das und das Industriegebiet erweitern wir dann mit den Farms noch bis dort. Und dann können wir uns in eins der anderen Gebiete eventuell vorschlagen. Wobei wir prinzipiell gesehen auch hier das Industriegebiet noch ausbauen können. Was haben wir denn hier für eine, für eine Dings? Ähm, ähm, gut, das ist halt nicht wirklich viel Erz, ne? Okay, der Chat funktioniert nicht. Das heißt, ich muss immer aufs verfickte Handy gucken. Oder ich schalte ihn jetzt hier aus und hier, okay, im Popup Fenster sieht man den Mist nicht. Das ist auch wieder echt Käse hier. Äh, so, dann stellen wir das Ganze hier wieder ein. Bumm, bum, bum, zeitschrempel. So, gut, ich habe nicht wirklich viel verpasst. Okay, abgesehen von dem Hi von vor zwei Minuten. Ähm, und jetzt hat sich das Kopfhörerkammer hier verhakt. Nur Mikrofonständer. Äh, Hi, Jan. Alles gut bei dir? Äh, ja, ich bin mit dem Traffic Manager, äh, hier da. Huch, ja, Traffic Manager. Äh, ja, danke für die Infos. So, also das ist nicht wirklich viel Erz. Das macht, glaube ich, nicht wirklich sonderlich viel Sinn. Das meiste Erz haben wir hier. Dann können wir hier und dort auf spezieller gehen, wobei ich dann wahrscheinlich hier rauf gehen würde. Äh. Äh, äh, wo brauche ich denn eigentlich? Äh, ohnehin bei mir, was man sich wirklich verschieben kann hier. Ähm, lassen wir es trotzdem auf dem Handy nochmal offen. Sicher ist sicher. Ähm, wobei, ähm, wir haben hier halt schon ziemlich viel rausgeholt. Aber wir holen jetzt mal alles hier aus dem Boden und dann können wir später hier dann wieder eine Farm machen. Das Ganze entwickelt sich sowieso im Laufe der Zeit. Ähm, ja. Ja, Traffic Manager und so weiter. Also, wenn du wissen willst, welche Mods ich nutze, ich hab's in die Beschreibung reingepackt, wie sie aktuell sind. Ich hab dran gedacht. Äh, erst zwei Gebiete. Meine Güte. Äh, Hilfe. So, dann würde ich sagen... Ach Gott, das ist ungewohnt. Irgendwie... ist das Transportfiefer so, dass man, wenn man das Mausrad gedrückt hält, dass man dann irgendwie das bewegen kann, das Ganze von oben nach unten und drehen und so weiter. Ja, oder, oder... Ist die Einstellung einfach nicht mehr gegeben. Welche Straße haben wir denn hier benutzt? Eine zweischwurige Straße. Oh, das wollte ich nicht... Ähm... Gute Gott, zweischwurige Straße. Wahrscheinlich haben wir die hier benutzt, oder? Wahrscheinlich dann eher die. Suburban. Auf der Suburban kann man natürlich auch parken, ne? Ah, mit Parking Spaces. Das ist... Wobei... Ich will jetzt schon was sagen würde... Mal auf... Ne, wir bleiben... Wir wechseln mal auf diese hier. Äh... Wollte ich jetzt nicht mal diese nehmen. Ähm... Versuchen wir uns so ein bisschen... Am Wasser entlang zu schlängeln. Ähm... So, vielleicht bis... Hier... Ähm... Um nicht so ein Tier lang zu schlängeln. Am Ende können wir hier vielleicht noch ein paar... Ähm... Da schnell... Ähm... Äh... Office Buildings... Hier, ne? Äh... Platzieren... Am Ende des Highways... Highways? Ja Highways... Äh... Am Ende... Am Rand des Highways... Meine Güte... Ähm... Und schlängeln uns... Am besten noch eine Verbindung nach dort... Wobei... Lieber in der Mitte... Und dann hier eine Kurve rein... Diesmal... Äh... Das ist die Frage... Machen wir das selbe Prinzip jetzt hier weiter... Oder... Das würde ich sagen... Mal gucken, was daraus entsteht... Wobei... Vielleicht... Jetzt auch mehr mit... Moment... Habe ich hier unten irgendwie noch... Äh... Ne... Hab ich nicht... Warum ist denn das dann? Hm... Äh... Äh... Tup, 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 tup... Wir haben echt einen großen Demand mittlerweile... Ähm... Bis hier... Dann noch dort... Probieren wir mal einfach was Neues aus... Mal so ein bisschen... Ungewöhnt... Mal schauen... Was da so... Was das Spiel daraus so zaubert... Bis hier... Und dann noch dort... Ich frage mich... Wie verbinden wir das? Ich kann schon fast sagen... Wir gehen hier noch mal ein bisschen weiter mit rein... Ja... Wobei... Nicht so... Das machen wir aber später... Wir verbinden erstmal das Ganze... Wir... Wir machen erstmal das Grundgerüst... Was sagen... Wir machen hier mal einfach... Der Variation wegen... Der Variation wegen... Bauen wir eine kleine lang... Das könnte interessant werden... Äh... Zack... Und lassen wir mal den... Platz dort frei... Äh... Äh... Und lassen wir mal den... Platz dort frei... Äh... Die nehmen wir... Die nehmen wir... So... Vielleicht nach dort... Allerdings mal ein bisschen grüner... Wobei ich das... Mal kriegen das nochmal... Ich finde das ohne besser... Äh... Pass... Okay... So... Gucken wir mal... Ob die ganzen... Tipps und... Tricks so passen... Äh... 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 Ich denke jetzt... Blöde... Nötiges... Falsche... Ne... Eigentlich nicht... Äh... Hilfe... Ist passiert... Autosave... Äh... Du... 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 Vergesst immer wieder... Wie... 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 Warte mal... Warte mal... Warte mal... Ich gucke jetzt einfach mal... In den blöden Settings... Vielleicht begreife ich dann... Oder vielleicht lerne ich... Merke ich mir das dann... Äh... Warte... Habe ich das gar nicht aktiviert... Prop Entry... Fine Road Energy... Äh... SRGA... Mh... Äh... SRGA... So... Und so hat geht das muss ja noch... Ich kann mal kurz selber entscheiden lassen... Ji-O-0... Ist halt der assessments sowieso? Wie... Drum mach es mal? Unabhängig... Pläne mitщо... Ihhh... Dir mit glue? Einfach... Trckseln wir einfach mal ein bisschen... Einfach... Tip tip... Tip 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 tip. M-move it. nicht so auch nicht so ich bekomme es noch hin keine angst dauert nur ein bisschen ich habe es gleich das einzige was mich wirklich daran stört dass das wie heißt noch ich bin nicht jetzt gucke ich auch noch mal danach dass da ist noch dass ich das problem habe dass dass die musik halt irgendwie so dämlich ist ja toggle tool m toggeln das sind solche sachen die man sich das war es nicht angeblich so das soll ja angeblich das vom bauen mehr oder weniger snappen so jetzt möchte ich da die höhe anpassen das ist halt das am bauen hindert so dass man hat dieses gar nicht hat aber gut das hat man jetzt halt doch noch naja hat ja gut geklappt so wie machen wir das jetzt ist jetzt wirklich die frage können ja prinzipiell gesehen am rand entlang haben wir das ganze andere dort allerdings fände ich das schöner wenn sich das ganze hier durch schlängelt und hier auch noch nach oben das verbinden wir mal mit dem noch das ist die frage macht das sinn ich würde ja wirklich lieber eine kleine straße nehmen auch hier durch und dann connecten ja 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 kleine straße und dann haben wir das und dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen länger nicht viel aber ein bisschen und danach werden wir erst mal das ganze auf wo wir gucken wie viel geld wir haben auch schneller vergessen habe ich gesagt dass ich das nervt dass die musik immer plus und minus und so weiter ist ich wollte ich wollte die anfassen ich glaube ich wollte die anfassen ich sollte das mal machen die die datei so war aber das ungefähr alles gleiche groß ist gleich laut ist gleich groß da park hier ja da könnten wir noch mal und so bei den space auch alles frei das ist frei wenn ich mal hier mit dem mist beschäftigen das wird der schlimm langsam so das haben wir das haben wir das heißt bevor wir das vergessen erweitern wir das distrik das haben wir hier noch gar nicht gemacht wenn wir da auf was natürlich sehr klug ich hier muss vielleicht tatsächlich zwar mit dem leichten pinsel müssen straße entlang verdammt das ist die see autobahn das ist schon mal interessant also da noch weg dann können wir das große nehmen das mittlere das große ist ja nicht ich glaube ich lasse den highway so und ach den highway zufahrtsstraße so noch weg da soll ich wieder mit dem kleinen arbeiten geht das ja noch ist halt die frage das ja als eigenen distrikt oder trennen wir die einfach an der straße das können natürlich auch machen das war das hier vielleicht auch hier zu na ne ne ich glaube ich lasse es da rein ist es noch dort zu gehört alter hast du mich erschrocken ich dachte hier wäre jetzt noch jemand drin außer du ja wir sind noch alleine plötzlich machst du so komische geräusche als bei dem festen mensch so wasser fühlen wir das ganze hier wie wir das wasser aus wie sieht es mit wasser aus verfügbarkeit gut abwasser ausbaufähig dann können wir uns ja gleich mal darum kümmern bevor ich das auch wieder vergesse ja